Was ist passiert? Wir haben einen Mordfall. Ein Riesending. Leslie, das ist Dave. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt, noch jemanden zu finden. Du könntest etwas mehr über diesen Dave Tanner herausfinden. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie sich mit dieser Heirat, die Beckett-Farm, unter den Nagel reißen wollen. Ich bekomme Einrufe. Alles kommt wieder hoch. Es geht um unsere Schuld. Wer ist der Mann? Der neue Sportlehrer. Daran. Kannst du nochmal für mich lügen? Dann kommst du nicht rein, ne? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Na ja, so ein Glück, dass ich euer Nachbar bin, ne? Kommen Sie uns nochmal zu nah. Dann werde ich die Polizei holen, ist das klar? Becky ging hoch in ihr Zimmer und das Licht ging aus. Ich hatte zwei Schüsse. Wir jagen an Serientäter. Wir haben keine Zeit. Von der seit Freitag vergangener Woche vermissten Elaine Dawson fehlt weiterhin jede Spur. Ich schreibe wieder für dich. Eine Story über vermissten Fälle. Ich fange mit einem der rätselhaftesten Fälle der letzten drei Jahre an. Was genau ist damals passiert, als ich in der Herr... Was passiert ist? Hören Sie, jedes Mal, dass eine Rothaarige in seinem Distrikt verschwindet, steht der gute Mann vor meiner Tür. Mr. Reeve ist die letzte Person, die ihre Freundin im Leben gesehen hat. Immer noch. Jemand behauptet, die Elaine gesehen zu haben. Was ist passiert? Wir haben einen Mordverlust. Ein Riesending. Leslie, das ist Dave. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt, noch jemanden zu finden. Du könntest etwas mehr über diesen Dave Tanner herausfinden. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie sich mit dieser Heirat, die Beckett-Farm, unter den Nagel reißen wollen. Ich bekomme Anrufe. Alles kommt wieder hoch. Es geht um unsere Schuld. Wer ist der Mann? Der neue Sportlehrer. Da. Kannst du noch mal für mich lügen? Du kommst nicht rein, ne? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Na ja, so ein Glück, dass ich euer Nachbar bin, ne? Kommen Sie uns noch mal zu nah. Dann werde ich die Polizei holen, ist das klar? Becky ging hoch in ihr Zimmer, das Licht ging aus, ich hätte zwei Schüsse. Wir jagen an Serientäter, wir haben keine Zeit. Von der seit Freitag vergangener Woche vermissten Elaine Dawson fehlt weiterhin jede Spur. Ich schreibe wieder für dich, eine Story über vermissten Fälle. Ich fange mit einem der rätselhaftesten Fälle der letzten drei Jahre an. Was genau ist damals passiert, als die Elaine... Was passiert ist? Hören Sie, jedes Mal ist eine Rothaarige in seinem Distrikt verschwindet. Steht der gute Mann vor meiner Tür. Mr. Reeve ist die letzte Person, die ihre Freundin im Leben gesehen hat, immer noch. Jemand behauptet, die Elaine gesehen zu haben.